Ja, grüß Gott, Mädel und Buben, hier ist wieder der Beider vom Barbecue Alt Perlach. Heute haben wir endlich mal wieder einen sonnigen Tag und da denkt man natürlich gerne an Urlaub und Mittelmeer und sonst was. Und da passt das heute Gericht sehr gut dazu. Griechische Putenfeta-Rouladen. Wie immer haben wir nebenbei Handwerker und hinter uns die Feuerwehr. Das ist für den Zuschauer, der immer sagt, bei euch ist immer Feuerwehr. Diese Rouladen sind super geil, sind relativ einfach und schnell zu machen und schmecken unglaublich gut. Wenn wir die gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere griechischen Putenfeta-Rouladen. Feta-Röllchen, nennt es wie ihr wollt. Wir brauchen jedenfalls die folgenden Zutaten. Putenschürzel, haben wir hier. Zwiebeln. Das ist ein Käse, ein Geriebener. Was sind das für ein Käse? Gouda und Emmentaler gemischt. Gouda und Emmentaler gemischt. Dann haben wir hier so Dinosaurier-Zahnstocher. Etwas Rinderbrühe, selber gemacht. Olivenöl, Knoblauch. Das ist so eine Kyras-Gewürz-Mischung. In dem Fall ist das Spartakus Nr. 1 von Moester. Dann haben wir hier hinten eine Paprika. Die haben wir geschnitten in ein paar Streifen. Und ein paar Würfelchen. Das ist der Feta-Käse. Hier haben wir Frischkäse. Zwei Stängel Minze. Ja, sag einmal. Tatsächlich zwei. Und ein Bund Petersil. Maisil. Das Ganze machen wir dann, wie es die Griechen auch machen, in einer Petromax-Kastenform in der K8. Und selbstverständlich vergessen wir, wie immer, Salz und Pfeffer nicht. Genaue Angaben. Alle in Chor. Findet ihr im Rezept unter Video. Chorprobe beendet. Jetzt kümmern wir uns um die fleischlichen Genüsse. Und jetzt müssen wir nämlich die Schnitzel plattieren. Puten-Schnitzel-Schnitzel. Puten-Schnitzel-Plattieren. Da braucht man natürlich Spezialgeräte. Und die habe ich vor mir liegen. Ein Puten-Schnitzel-Plattierbeutel. Im Prinzip ist es wie ein Gefrierbeutel. Nur ist der hier entbeutelt. Notfalls nimmt es nicht Gefrierbeutel. Dann ein Puten-Schnitzel-Plattiereisen. Von der Firma Latsch. Hat den Vorteil, wenn man da kräftig draufhaut, steht Latsch im Schnitzel. Nicht? Wir probieren es aus. So. Nun nehmen wir uns hier so ein Otto. Weiß gar nicht, ob der Otto heißt. Lögen den hinein. Der Otto ist widerstandsfähig. Äh, wieder borstig. Otto daher. So. Dann machen wir ihn flach und dann machen wir ihn noch flacher. Bist du drauf? Möge das Gemetzel beginnen. Schlecht, oder? Das ist die Rache für die, die seit Tagen gegenüber irgendwelchen Böden und Fliesen mit Presslufthämmern mögt werden. Manueller Presslufthämmer. So. Nochmal, soll ich da einen geben für die Kanne? Pats. So. Ihr könnt natürlich auch die Pfanne einfach drauflegen und warten, bis durch die Schwerkraft das Ganze plattiert ist. Dauert ungefähr eineinhalb Jahre. Wir haben die Schnellversion. Und ich plattier jetzt. Und dann hol ich euch wieder dazu. Niedergemetzelt habe ich die Puten-Schnitzel. Übrigens, bei uns in Griechen gibt es tatsächlich viel Puten. Ich weiß nicht, ob das so super griechisch ist. Aber nein. Jetzt werden wir die Füllung machen. Und dazu haben wir unseren Feta und unseren Frischkäse und die Patzlmelz zusammen. Autofokus verwirren. Mirakulöserweise haben sich der Petersilienbund und die Minzzweige atomisiert. Wer war das? Ich. Jawohl. Ehre, wem Ehre gebührt. So, Feta. Ihr wisst, der Feta darf nicht Feta heißen. Wenner von da? Vom Schaf und der Ziegel. Genau. Ich glaub, Schaf muss sein. Jetzt den wir jetzt da rein. Und ein bisschen miteinander rühren. Ui, der Hühnermann ist da. Lauf schnell. Lauf schnell? Ja. So, Frau, back from the Eggmat. Wie viel hast du gekauft? 20. 10 Bruch und 10 normale. Genau. Und wo kommt der her? Der heißt Bauer und kommt? Aus Landshut. Aus Landshut. Aber das ist der Eiermau. Der Eiermau. Der läuft immer durch. Habt ihr das vielleicht gehört? Mal schauen, ob man es hört auf dem Film. Dann macht es Klingeling und Kikariki. Und dann schreit er frische Eier. Und aus allen umliegenden Häusern wie so kleine Ameisen. So auf so ein Stückchen. Auf was gehen Ameisen? Ein Stückchen Apfel oder sowas. Wenn es vegane Ameisen sind. Aber nur Donnerstag. Wenn es vegane Ameisen sind. Daran merkt man, dass wir heute erst am Donnerstag drehen. Genau. Die Woche waren wir ja gut drauf und so jeder war scheiße. Es ist jetzt Donnerstag. Und wenn ihr das Video heute auf die Nacht seht, haben wir es in der Früh getraut. Praktisch in real time. So. Jetzt aber. Back to work. Sonst wird das Video nicht fertig bis auf die Nacht. Knobel. Hinein. Immer ins Rezept schon geschrieben. Das mischen wir auch durch. Knoblauch gibt immer so eine frische Note. Dann haben wir hier unser Gewürz. Das sind ja alles nur Basisangaben hier. in Gewürz. Mein Lieblingsgriechisches Gewürz. Spatakus Nr. 1. So. Dann kommen Kräuter. Schaut es aus wie so ein Ziegenkräuter frisch. Jetzt so ein Spektrum und ab in die Pfanne. Aber. Wir machen ja was anderes heute. Dann werden wir zwischendurch ein bisschen salzen und pfechern. 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 Pfecher. Pfechern. Pfechen. Pfechern. 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 Da ist die Rhythmia Alexa gestartet. Du kannst ja mal die Siri starten. Siri ist der Peter der Beste. Nein, hey Siri muss man sagen. Hey Siri. Gell, der Peter ist der Beste. Ja, da hast du recht. Peter ist der Beste. So, also bei einer bayerischen Roulade wird jetzt Gurken und Zwiebeln reinkommen. Bei uns können wir hier Paprikascheibchen, Streifen hinein. Scheibenstreifen, oder? Das steht heute am schlechten Stern. Jetzt geht die Alexa an bei uns, weil das Brot fertig ist. Gut, dann klärst du, weil das da ruhig ist. Jetzt bleibt nichts anderes zu tun, als zu rollen. Schauen, dass man hier die Füllung schön hineinpatzelt. Dass da nicht allzu viel rausläuft. Und? Wunderbar, oder? Das Ganze werden wir jetzt fixieren. Wichtig ist ja immer eine gute Vorbereitung. Also kauft keinesfalls kleine Sandstacher. Dann nehmt ihr den Großen. Jetzt verwirre ich dir ein bisschen. Ich mach nämlich da einmal durch. Und dann zwicke ich da ab. Weil dann kann ich den jetzt hier drüben weiterverwenden. Schlau, oder? Wenn ich jetzt gut bin, nehm ich da die Füllung hinein. Und nehm das auch noch mit. Wenn man dreist um, so schaut es super aus. Nein, doppel Sonnenschein, gell? Einmal hinter der Kamera. Einmal am Himmel. Jetzt machen wir die anderen drei noch. Und dann sind wir zu werfen. Die gerollten Relaten können wir ein bisschen Salz und Pfeffern. Aber die Rückseite habe ich schon gemacht. Müsstens mal gleich. So ist es sein. Wahnsinn, oder? Die sieht man nicht. So, geh wir bescheißen nicht. Jetzt gehen wir rüber zur Seitenkochstelle. Braten die Almeln sie im Olivenöl an. Und gleichzeitig haben wir unseren Grill auf 200 Grad indirekte Hitze eingeregelt, gerichtet, geruchtet. Da haben wir die K8, die hat im vorheizenden Grill vorgeheizt. Gehen wir unser Öl da rein, lass das kurz erhitzen. Wiretscherkantum und Sankancen und Bl Tschattin beispielsweise. Darum die Beine haben. Wir müssen das à lauf, und sonst wird es richtig fertig sein. Wir müssen die Beine nehmen. Wir müssen die Flamme oder die Flamme sagen. Wir müssen die Flamme unternehmen. Wir müssen die Flamme durch und die Flamme unternehmen. Wir müssen die Flamme unternehmen. Jetzt werden wir die Röllchen, die Rouladen, ringsherum anbräunen. Schauen wir mal, ob die Otto so etwas werden. Rundherum angebräunt und jetzt habe ich meinen Multifunktionspool. Das ist nicht nur eine Plattiervorrichtung, sondern auch eine Rausholvorrichtung. Für das Öl kommen wir jetzt die Zwiebeln rein. Und die Paprika. Und der Rest von der Paprikaschuppe. Jetzt werden wir jetzt so ein, zwei Minuten oder anrüsten. Jetzt können wir unsere Roulettes hin. Und das wird schon weg. Und dann werden wir unseren Käse nicht drüber verteilen. Wenn wir es nicht schmecken, hier haben Sie immer Käse drauf. Aber das würde auch ohne Käse schmecken. Können Sie jetzt auch hier dazwischen den Käse da rein. Also hauptsächlich soll es ja auf die Almes drauf, da sind dort alles da. Richtig schön hin. Und dann kommt das Ganze in den Grill. Der Grill läuft auf 200 Grad. Und wenn ihr sehr dünne habt, vielleicht sogar bloß eine Viertelstunde. Und wenn ihr so dick gehabt wie wir, 20, 25 Minuten. Und 25 Minuten vorbei. Tada. Die schaut gut und fertig aus. Ui, schau her, da gibt es richtig gesossen. Jetzt fällt dem geneigten Betrachter etwas auf. Nämlich mit H. Weißt du das, wenn es heißt, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ist nämlich dämlich. Wenn du es ohne H schreibst, heißt es nämlich nämlich nämlich. Unnützes Wissen. Wir haben es ein bisschen hochgestellt, weil wir dann ein bisschen mehr Oberhitze haben im Grill. Und der Käse schön erbräut. Ansonsten schaut das super aus. Und wir holen es jetzt raus und richten es noch fertig an. Et voilà. Jetzt soll ich da ein bisschen Paprika noch drüber streuen. Den guten, von da an, ja. Schöne Grüße. Und ein bisschen Grünes. Und das schaut eigentlich super geil aus, oder? Ja, so schaut es heraus, wenn es fertig ist und angerichtet. Unsere wunderbaren griechischen Rouladen. Oh, mit der Füllung dem Käse. Die haben ein bisschen Zwiebeln dabei. Ich habe gar keine Gabel. Perfektes Sommeressen. Jetzt im Winter schmeckt es aber auch. Dazu könnte ich mir gut vorstellen, ein Reis oder diese griechischen Zitronenkartoffeln. Die Limonates. Wir haben jetzt hier einfach zwei Stück Brote gelegt. Und genauso werden wir es jetzt verspeisen. Ja, schon wieder Pfeuerwehr. Notarzt. Notarzt. Notfeuerwehr. Feuerwehr-Notarzt. Jetzt haben wir es. Wie sauber. Ja, also ein habe ich noch das gedrängt. Zu so einem griechischen Essen passt natürlich am besten ein bayerisches Stagbier. Ist ja schmachend. Obwohl, ja, Griechenland hat einmal einen bayerischen König gehabt. Und wir sind standes und, ja, also sinnvoll und standesgemäß haben das Fall näher. Einen Uso, und zwar den Uso Plomari. Das ist nicht der, den du beim Griechen im Restaurant hinterher umsonst kriegst. Der ist nämlich saugut. Saugut. Und weißt du, wobei der hilft? Wenn man ein Video vormittags dreht und nachmittags schneiden muss, hilft der beim Schneiden. Also wenn das Video schön geworden ist. Wenn nicht, auch er. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch, netter Kommentar wäre super. Ein Abonnement hier oder drüben bei Camp & Grill, wo ihr auch unsere ganzen Reisen verfolgen könnt. Würde ich uns an den Rand der Ekstase bringen. Und ansonsten essen wir jetzt fertig. Wir essen fertig. Ihr macht es gut. Servus, bis zur nächsten Woche. Uso, mitarkeit und großartig. Uso, mitarke, großartig.